Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Weihnachtsnovene um besondere Gnaden zu bitten. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria, wo Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht bei schneidender Kälte in Bethlehem geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, oh mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner Heiligsten Mutter. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.